Ach, scheiß doch. Ich kann auch kein anderes Aufnahmeprogramm verwenden, weil die irgendwie total damit rumficken. Die haben so totale Probleme mit Gothic. Gothic. Gothic, das heißt Gothic das Spiel. Ey, das spricht sich schon falsch aus, glaubst du es? Jetzt, jetzt habe ich wieder 16... Es ist doch... Ach, leck mich. Von hier, hier habe ich wieder ewig viel Übersicht und hier läuft es flüssig. Weck mich, warum? Das ergibt keinen Sinn. Andersrum müsste das sein. Kannst du mal kreuzweise, Kackspiel. Kommst du lieber ein richtiges Spiel? Hallo, ich habe doch zugeschlagen. Ich habe es genau gesehen, wie ich zugeschlagen habe. Wer was anderes behauptet, der lügt und wird gebannt. So. Alles klar. Alles gut, ich bin bald oben. Ich höre hier schon wieder kämpfen. So ein bisschen höre ich es kämpfen. Hier hängen Spinnweben irgendwie total komisch aus dem Berg raus. Da hinten ist Lestis Anwesen. Ich habe mal wieder Performance Probleme. Wiedersehen Performance. Naja, ich muss mir die Scheiße ja nicht angucken. Von daher passt das schon. Ich sollte mir vielleicht mal einen richtigen Rechner kaufen. Für die E7 taugt einfach nichts. Ich meine es um 4970k, äh 4770k. 477. Hallo? Ach, komm schon. Das Spiel hasst mich doch auch. Das ist doch... Das ist echt immer schön. Ist da noch irgendwas zum Mitnehmen? Da oben noch irgendwas zum Mitnehmen. Ich soll jetzt mal dafür sorgen, dass ich mit Ushak rede. Ach was. Ushak ist nicht wichtig. Der hat nur einen eigenen... Hallo? Darf ich jetzt bitte mal da hochlaufen? Hallo? Warum? Hast du? Mensch, ich kann da nicht hochlaufen, aber auch nicht hochspringen. Was soll denn der Unsinn? Nein? Nö, ich kann da nicht hoch... Nö. Er weigert sich. Okay. Wieso kann ich da denn... Müssen wir doch hochkommen? Was? Toll, und hier fang ich an zu rutschen. Das Spiel hasst mich doch schon wieder. In allen... In allen Formen und Geschmacksrichtungen. Danke. Gut, laden und hoffen, dass ich mit Ushak reden kann. Kann ich jetzt vielleicht hier hoch? Da oben irgendwas. Nein, gut. Und wenn doch, dann... Der Peekab! Darf ich jetzt... Ah, hörst du mal. Danke, ich kann mit ihm reden, wie es aussieht. Dank Schulden, Fremder. Böse Orks töten wollen mich. Alte Brüder seien heute Feinde. Wer bist du? Name Urshak. Sein Sohn von Geist. Menschen nennen Schamane. Woher kannst du unsere Sprache? Urshak gewesen Sklave bei Menschen in Mine. Sein Gelaufen weg. Seien viele Winter her. Du warst Sklave in der Mine? In welcher Mine? Mine gewesen mit Dorf in Kessel darüber. Warum kämpfen deine Stammesbrüder gegen dich? Urshak gefallen in Ungnade. Haben beschmutzt Ehrfurcht vor Kruschak. Glauben, Kruschak sein böser Dämon. Was heißt Kruschak? Menschen sagen schlafen. Du meinst Schläfer? Ja, Menschen sagen Schläfer. Was weißt du über den Schläfer? Fünf Brüder seien gewesen. Seien viele Winter vorher. Waren Söhne von Geist. Wie Urshak. Fünf Schamanen also. Haben gerufen. Kruschak. Haben besiegen wollen. Clan von Feind. Fünf Brüder von damals. Haben gebaut. Tempel in Erde für Kruschak. Ein unterirdischer Tempel zu Ehren des Schläfers. Das muss Xardas gemeint haben mit Unter der Orkstadt. Was passierte dann im Tempel unter der Erde? Brüder von damals haben gegeben Herz für Kruschak. Aber Kruschak gewesen böse. Kruschak verfluchen alle, die bauen Tempel. Brüder ohne Herz nun seien tot und lebendig. Seien beides. Kruschak haben Herz von Brüdern. Herz seien Kraft für Kruschak. Was passierte mit den Arbeitern, die den Tempel erbauten? Kruschak verfluchen alle. Auch die gewesenen Arbeiter seien allen tot und lebendig. Haben die Orks an der Oberfläche nichts unternommen. Haben verschlossen Tempel. Brüder von heute anbeten Kruschak. Kruschak bekommen Opfer, damit nicht werden böse. Urschak-Opfer finden falsch. Haben gesagt, Kruschak böse. Brüder wollen nicht hören. Brüder sagen Urschak gehen. Brüder schlagen Urschak. Ich muss in den unterirdischen Tempel. Kannst du mich dort hinbringen? Urschak sagen Dank zu Fremder. Fremder retten Urschak. Aber Eingang vom Tempel in Heimat. Urschak nicht können gehen Heimat. Verstehe. Sie lassen dich nicht mehr in die Orkstadt zurück. Ja? Kannst du mir sagen, wo auf meiner Karte hier die Orkstadt ist? Heimat von Urschak sein. Du Karten nicht bewahrt. Fremder geben Karte. Dann Urschak machen Karte fertig. Erstaunlich. Du bist ein guter Kartenzeichner. Danke. Nun, dann muss ich mir den Weg wohl freikämpfen. Brüder in Heimat sein sehr stark. Brüder seien sehr viele. Fremder nicht gehen. Viele Krieger. Fremder sterben. Andere Söhne vom Geist in Heimat machen fremde Feuer. Dann Fremder sterben. Okay, okay, aber ich muss einen Weg in den Tempel finden. Urschak, keinen Weg. Fremder tragen Ulu Mulu. Ulu Mulu? Was ist ein Ulu Mulu? Seien Standard der Freundschaft. Brüder respektieren Ulu Mulu. Fremder tragen Ulu Mulu. Dann Fremder nicht sterben. Wo bekomme ich ein solches Ulu Mulu her? Fremder gehen zu Freund von Urschak. Freund von Urschak geben Ulu Mulu. Fremder tragen Ulu Mulu. Dann Fremder nicht sterben. Ja, ja, das mit dem Nichtsterben habe ich verstanden. Aber wo finde ich deinen Freund? Freund von Urschak seien in Mine von Menschen. Freund damals nicht laufen weg mit Urschak. Freund damals gewesen krank. Ach, ja, richtig. Warst du in der freien Mine gefangen? Urschak gefangen in Mine und ein Dorf in Kessel. Urschak glauben Menschen nennen so. Danke für deine Hilfe. Urschak danken Fremder. Fremder retten Urschak. Fremder nun Freund von Urschak. Freund nehmen Geschenken. Nehmen Talisman von Urschak. Talisman schützen vor Atem von Feuerwarrern. Urschak nicht können gehen Heimat. Urschak nun hier wohnen. Freund kommen, wir brauchen Hilfe. Vielleicht werde ich auf dein Angebot zurückkommen. Wie geht es dir, mein Freund? Urschak seien gesund. Urschak suche eigenes Ulumulu. Vielleicht Urschak geht Heimat mit eigenes Ulumulu. Freund kommen, wir brauchen Hilfe. Pass auf dich auf. War ein tolles Gespräch. Zeit, irgendwo hinzugehen, wo die Leute nicht ganz dampf sind. Kontrolle, hey, Kreis 4. Den Kreis 4 schaffe ich noch. Kreis 5 wird dann schon diskutabel. Kreis 6 kann ich mir mal vergessen. Aber... Kreis 6 brauchen wir denn für irgendwas. Irgendwas außerhalb von... Der einen tollen Rune, die... Das Schwert nicht aufwiegen können... Kann, meiner Meinung nach. Scheiße, das Schwert noch nicht. Hab so, hallo... Wo schläft der überhaupt? Der hat gar kein Bett. Weiß, wie der guckt, hat der noch lange nicht mehr geschlafen. Ich habe mir die Antworten vom Ork-Schamanen geholt. Gut, dann berichte. Die fünf Ork-Schamanen, die den Schläfer riefen, erbauten ihm einen unterirdischen Tempel, dessen Zugang in der Ork-Stadt liegt. Das ist richtig. Undankbarerweise entriss er ihnen ihre Herzen und verfluchte sie und die Arbeiter zu ewigem Untoten-Dasein. Sehr gut, sehr gut. Die Orks verschlossen den Tempel und bringen ihm seitdem Opfer, um ihn zu besänftigen. Hast du einen Weg gefunden, wie du in den Tempel gelangst? Ja, es gibt da einen Ork, der... Keine Einzelheiten. Begib dich zum unterirdischen Tempel. Dort wirst du den einzigen Weg finden, die Barriere zu zerstören. Ich verstehe nicht. War es nicht die Zerstörung der Barriere, weswegen du mich aufgesucht hast? Richtig, aber... Dann geh. Es ist schon genug Zeit verstrichen. Geh und such die Antwort im unterirdischen Tempel. Nein, stimmt gar nicht. Ich such kein Wissen. Ich bin schon allwissend. Gut, dass du kommst. Ich habe schon auf dich gewartet. Ich bin durch. Guck mal, das ist ein wichtiges Ding. Zu lauter Sounds. Du hast auf mich gewartet. Warum? Gorn bat mich, dich bei deinem Auftauchen hier sofort zu ihm zu schicken. Was ist los? Er hat einen Plan zur Befreiung der besetzten Mine. Bewacht er noch den Zugang zur Mine? Ja. Bitte suche ihn so schnell wie möglich auf. So, ich brauche wieviel denn? Ich will nicht das Buch lesen. Ich will Satora sprechen. 25. Ja, 4 schaffen wir locker. 5. Äh. Es ist mir schwierig, diese Treppe hier hoch zu gehen. Es ist mir da im Licht mal aufhören. Nicht gesund für die Augen. Ach nein, Moment. Jetzt habe ich einen Moment lang überlegt, ob ich den Typen, den ich vorhin mit dem Namen getötet habe, ob der noch irgendwie wichtig wäre, weil wegen Zusammenhänge, wegen Gleich, aber... Ne, das war Wolf, der jetzt wichtig wird. Glück gehabt. Moment lang habe ich mir Sorgen gemacht. Halt, Moment lang. Aber, die ist ja völlig unwichtig, die Pfeifen. Du kommst gerade richtig. Wir bereiten uns auf den Gegenschlag vor. Die Rückeroberung der freien Mine ist der erste Schritt. Komm, ein Gegenschlag. Eine Rückeroberung mit vier Mann? Wo sind all die anderen Söldner? Ein frontaler Angriff bringt nichts. Dafür sind Gommes Leute zu gut verschanzt. Aber eine verdeckte Operation, bei der wir Mann für Mann ausschalten, könnte gelingen. Lee bat mich, dir etwas auszurichten. Als Wassermagier mit sehr viel Kampferfahrung wurdest du bestimmt, die Operation durchzuführen. Ich werde mit dir gehen. Ich werde mit dir gehen. Gemeinsam können wir es schaffen. Der erste Schritt, was wird denn der zweite sein? Sobald die Mine wieder in unserem Besitz ist, werden wir den Pass über die Berge suchen, den Gommes Leute für den Überfall benutzt haben. Wenn der Pass dicht gemacht wurde, haben wir die Situation wieder im Griff. Verstehe. Warum gerade ich? Du hast schon mehrmals bewiesen, dass du Mut hast und gleichzeitig denken kannst. Außerdem kennst du das alte Lager und die Gardisten besser als die meisten von uns. Du bist der beste Mann für diesen schwierigen Job. Okay, lass uns den ungebetenen Gästen in der Mine kräftig in den Hintern treten. Nichts anderes habe ich von dir erwartet. Hier, nimm diesen Schlüssel. Er öffnet das Torhaus vor dem Eingang der Mine. Auf in den Kampf! Äh, willst du mir nicht nur mal erst noch Dings sagen? Hallo? Ah, jetzt, okay. Fast hätte ich es vergessen. Der Bandit Wolf will dich unbedingt sprechen, bevor wir zur Mine aufbrechen. Dann werde ich ihn besser noch vorher aufsuchen. Tu das. Ich warte hier am Wachposten auf dich. Ja, mehr, ja. Der will ja was von uns. Man, er tut nur so. Er behauptet, dass nur ist gelogen. Ja, du musst jetzt auch gleich nicht in den Kampf gehen. Dann ist das klar nicht dein Problem. Und ich habe vergessen, die alte Mine vorher auszureihen. Äh, die neue Mine auszureihen. Oh, wie konnte ich das denn vergessen? Was sagt mir das denn keiner? Toll, das sind ein Haufen Erfahrungspunkte. Ich finde es aber schön, wenn man plötzlich in den Blick kommt und alle rennen panisch irgendwo hin. Von mir aus können... Gorn sagt, du wolltest dringend mit mir sprechen. Gut, dass du vorher noch vorbeikommst. Vor was? Vor eurem Besuch in der nicht mehr ganz so freien Mine. Worum geht es? Ich hatte neulich eine Idee, wie wir völlig neue Rüstungen herstellen können. Aha, und wie? Das härteste Material, das ich kenne, sind die Panzerplatten der Minecrawler. Nicht etwa die der kleinen, harmlosen Exemplare aus der jetzt verschütteten Mine von Gummis. Nein, die nicht. In unserer Mine lebt eine wesentlich gefährlichere Unterart. Der Panzer dieser Biester ist fast nicht zu durchdringen. Wenn du mir einige dieser Panzerplatten bringen könntest, würde ich versuchen, daraus eine Rüstung herzustellen. Wie bekomme ich diese Platten von den Biestern ab? Das ist relativ einfach. Die Rückenplatten sind nur an deren Rändern mit dem Körper verwachsen. Nimm einfach ein Rasiermesser und schneide halbschräg an den Rändern entlang. Okay, kapiert. Mal sehen, ob ich solche Panzerplatten finden kann. Und diese Informationen gibst du mir völlig uneigennützig. Nicht ganz. Wenn es mir gelingt, aus solchen Platten eine gute Rüstung zu zimmern, werde ich sehr schnell, sehr viel, ach, lassen wir das. Gut, dann können wir jetzt los. Und Panzerplatten sammeln. Was uns eine neue Rüstung bringt, die dann irgendwie 5 Minuten... Nein, die treiben mir länger als 5 Minuten. Wird die gerade? Ja, doch, ich glaube, die treiben mir länger als 5 Minuten. Doch, ja, ich bin der Meinung schon. 16, 16, 26, also noch ein Levelaufstieg, dann kann ich aufsteigen. Es kann losgehen, auch zur Mine. Höchste Zeit, dass wir die Gardisten von dort vertreiben. Geh du vor, ich folge dir. Geh doch mal vor, Junge, was soll da schon schief gehen? So. Was soll da schon schief gehen? Schön ist auch, dass die nicht wissen, dass da ein Pass existiert. Ich meine, haben die die Mine jemals irgendwie abgesucht? Das muss doch auffallen. Oder ist das nur so ein kleiner Pass, wo ein Mann nur durchpasst? Da muss man durchkriegen, ist in Wirklichkeit ein Loch. So, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, kommen wir gleich auf unangenehme Viecher. Und ich erinnere mich... Moment. Mal gucken, wo Gorn bleibt. Wunderbar. Wunderbar. Wirklich toll. Großartig. Ich kann es gar nicht beschreiben. Nee, nee, einfach nur nee. Ich habe hier eine Axt. Ich mache keinen Scheiß, Gorn. Vorsicht, Razors! Die arbeiten genauso in Rudeln wie die Snapper. Nur, dass sie viel heftiger zubeißen. Wir sollten sie aus dem Weg räumen. Du weißt ja, ich habe gerne einen freien Rücken. Nein, wir laufen einfach nicht mehr vorbei. Ist ja nicht so, als wenn die irgendwie auf dem Weg wären und uns blockieren würden dabei. Hallo, Gorn? Gorn? Och, Gorn! Ich hasse dich. Du bist volles Arschgesicht, weißt du das? Du willst nicht helfen, oder? Nein, in der freien Mine willst du mich dann niederschlagen. Das Spiel kenne ich schon. Ich habe sie schon mal durchgespielt. Hm.